ja liebe leute herzlich willkommen wieder zurück zu let's play farquay new dawn und es geht heute weiter und wir haben irgendwas hast du gerade übersehen aber ich weiß noch wie war das gefangenen transporter oder was ich habe gerade gar nicht aufgepasst ich habe die nächste folge angefangen ja ja genau habe ich auch dabei bin ich mitbekommen aber heute gefangen war aber wenn ich da ist es ist ja gleichzeitig aufnehmen ja alles gut ich muss auf jeden fall nachher noch den kanal verlinkt wenn ich dieses hochlade zufällig das ist mir dann doch ins auge gesprungen ein foto das ist ein eilerungsfoto machen also ein sammelbares aufjektes ist reisen ich dachte dass es hier doch etwas nahrung gibt und es gab wirklich ein bisschen offenbar wurden auch die ratten die sie mir da so hatte ich eine echte chance auf etwas zu essen ich habe auch ein paar andere gefunden auf die auf der suche nach nahrung waren kleine kinder ich wollte mir mein essen nehmen und abhauen aber da dachte ich an hast du dumm hat wirklich ganz ohne grund und ich beschloss noch zu bleiben und mein essen zu teilen sie sind nicht geblieben haben mir nicht vertraut verdammt noch mal das verstehe ich stecke gerne ist dass sie noch irgendwo da draußen und leben dank meiner hilfe wie ging das noch gleich im steuerkreuz das war was anderes ach du machst das schon du machst das sogar schon okay dann kann ich ganz nur du das machen da vorhalten hier stopp vor diesem alten gebäude hier muss das sein also hierhin hierhin stellen an diesem platz oder foto rausholen kannst da musst du dich halt so ein bisschen umgucken bist du das hast ich weiß nicht ob du reisen zero dawn das spiel kennt ich habe es aber schon jetzt blät ja also das tatsächlich war okay ja da gab es das nämlich auch gut ein vater zu halten sehr schön aber ich habe das ja auch mit diesen ausblicken da ich habe die küche zerstört wurde am ende nur im fünften teil ja ja hier denn am ende ist ja alles zusammen gefallen und verfolge ist interessant da ist ja gefangen das wort den würde ich gerne noch stoppen wir müssen ein bisschen aufpassen nicht dass wir die geile treffen ich war dem transport im hinterher sonst kommen wir uns naja alles gut ich treffe immer die geile denn fast jetzt alles oder nix ich glaube ich habe die geile gekriegt habe ich nicht ich habe doch du musst eigentlich zurück ja ich habe die geile gekriegt deswegen ich muss auch alles oder nix gehen genau deswegen alles gut jetzt wieder nehmen am radius ich musste da im radius bleiben ja ich komme wieder auf das zu ja ich habe noch zwei gegner dauernd gekriegt okay ich habe das auto ein wenig festgefahren das was halt neu ist ja genau das so 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 ich finde landschaftlich ist das ja auch wunderschöne spiegel war er hat sich so umguckt also ist der wahnsinn wo sieht der elite bison freundes wieder ich glaube ich vor uns wo ist er denn er ist doch gerade hier aber ich hatte wie ich karl von zum wieser ja das war das mutierte elite bison wollen wir uns damit anlegen die frage ist kriegen ja das könnte klasse ich meine das sind ja nicht schon sonst elite tiere jetzt aber wo ist es hin es ist weg dahinten die schwachstelle ist der rote bereich der rote leuchtende bereich wie deutschland das sei wo wo wer soll wenn er sprengst geht glaube ich die fleisch kaputt aber die haut kaputt woher das noch ein normales bison am stahl das sei alter ich wurde nicht vorbei ich habe gesehen ich komme das ist gut die hälfte weg das ist gut oder oder als schnell wow ich habe wieder auf die hörner genommen jawohl er hat sich verpissen der einheitsschiff ist sorry das war keine absicht passiert passiert eventuell oder so gestorben durch die dann besser durch die humana hau doch mal einfach mit dem mit dem ist sicher kürzer tot Oh weh Er ist fast down Hohoho verdammt Jaii Oh mein letztes Medipack Jawoll So, ich habe meine komplette AK Munition verschossen Ich auch Erstmal wieder Medipacks herstellen Achso, unterwegs kannst du Medipacks herstellen Wie? Dafür Hättest du L1 wieder gedrückt und dann Dreieck Ah ok, ja alles gut Oh ja, das war nicht einfach Aber es hat sich gelohnt jedenfalls Ja das stimmt Jetzt kriegt er hier noch Der kommt dann auch noch angelaufen Was hast du mit dem Ding? Der Schaufel Ja 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 Da habe ich auch gerne mal Leute weg geschaufelt Da gibt es eine Folge die heißt auch Achtung Schaufel Ja Schaufel ist so eine geniale Waffe Weil es ist die beste Nachkampfwaffe Von den Werten her also Schaufel Schaufel Ich habe mir jetzt Ich habe noch immer kurz mit dem Stein draufgekommen So Das sind auch wieder neue Einheitenteile bekommen Ich glaube da kommt der Nachschub Die fahren aber weiter Okay Der Gefangene Transport kommt da Ja Spür nicht mit mir Der kommt auch von zu glaube ich Ja der so Oder Ja Ne die stehlen da Auf jeden Fall sind da hinten gefangen Ja die töten die geilsinnig So Ich tausche immer gerne Ma'am So So ich mach die Tür auch von der Geise Naja Das gibt wieder voll Ja So Wo wir gerade den Vorteilspunkt erhalten haben Wie gesagt Diese Waffen Waffen Schwer bewaffnet habe ich gerade gemacht Ja sehr gut Und jetzt als nächstes würde ich dir empfehlen Vielleicht ein bisschen auf die Takedowns gehen Oder Habe ich schon fortgeschritten als Takedowns Jetzt war ich schon Ja schon sehr gut Und was auch Und jetzt gehe ich auf die Angel Auf die Angel das weiß ich nicht ob das so Ja alles gut ich habe jetzt einfach die zwei die ich noch hatte ausgegeben Ja okay Ganz unten kannst du auch deine Munition und sowas erhöhen ins G-Punkt Das sollte man zwischendurch immer mal wieder ein bisschen mit skillen Und ansonsten ist verdeckt natürlich noch Bombe Ja In der dritten Reihe das erste Oh das taktische Fernlass hast du das noch gar nicht Nein Wahrscheinlich nicht ne Ja krass das muss man ja auskennen das sehe ich wer jetzt ist Das sollte man auf jeden Fall scale Wie kriege ich das? Äh Ja in der zweiten Reihe bei den Skillpunkten das erste ist Taktisches Fernlassen Ja das muss ich als nächstes machen Ja das muss ich als nächstes machen Ja Dann muss ich als vier Skillpunkte holen Gut äh Dann haben wir noch ein bisschen Zeit heute Wir machen weiter mit dem Ja eigentlich würde ich jetzt ja gerne schon wirklich die Mission machen Ja auf geht es Dann gehen wir rein dann brauchen wir noch auch Das macht man seit drei Folgen ne Das steht Das passiert Aber das ist Far Cry Was soll ich meine Sache jedes Mal wieder ne Alles Far Cry So Ah sehr gut hier kann man hier kann man handeln Da kann man also ich zumindestens brauch dringend neue Munition Ich weiß nicht wie das bei dir aussieht Ja ja auch Ja hab ich mir gedacht Dieses Bison war der Wahnsinn Äh alles eintauschen sehr schön Platine So So ja ich bin wieder voll Ich weiß nicht die Zuschauer könnten ja mal in die Kommentare schreiben wenn die Bock haben oder so Dann kann ich ein bisschen was über die Waffen auch mehr erzählen so weil ich Ich weiß nicht Es ist ja eigentlich nur was über die Aktiven Waffen Die wir benutzen sollen Genau Aber wenn allgemeiner Kommentare schreiben Ja Mach ich gerne Sag dir nicht Sag dir nicht Ist der denn jetzt böse auf mich der Kerl Egal Ich fahr einfach weg Ich hab dir grad meine Komponenten in den Gedanken geschmissen und der ist jetzt böse auf mich War der bestimmt nicht genug Was Wenn du das Bahngelände erreichst dann sie in den Güterwagen nach Da lagern die Highwaymen die Sachen die sie uns gestohlen haben Dort findest du auch meine Waffe Sehr gut Sehr gut Also ich fleiche mich schonmal also Ich geh in Bei solchen Sachen geh ich immer von Anfang an in den Statesmodus Ja Wenn du das irgendwie offensichtlich oder so machen willst dann Sag das einfach Ja alles gut Das mach ich automatisch halt schon weißt du Ja ja alles Genau das ist okay Mach wie du das am besten kannst Oh 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 ein Hund Die haben einen Hund Man merkt immer die Anspannung bei solchen Aktionen dann sind wir immer ganz still Ich bin aber auch Komplett auf dich Komplett auf dich mit Na wer weiß es Oh oh und Komplett auf mich fixiert Nein das nicht Nee Ich bin auf dich angewiesen Gerade weil du die Bavarkierung sitzen musst Ja stimmt Das ist für mich sehr wichtig Ja ist es auch Das ist Das hat mich an den Fünfer und auch am Vierer gibt es das auch Ähm Diese Spritzen Diese Markierungsspritzen weißt du Das hat mich ein bisschen Also ich fand die gut einerseits Andererseits haben die mich irgendwann ziemlich gestört Weil es halt echt Das Spiel ist ziemlich vereinfacht hat Man hat sich Spritze gesetzt Ist in die Nähe eines Außenposten gelaufen Und alles war markiert Dieses mit der Eule und oder Fernglas finde ich Finde ich persönlich besser weil So hat man die Chancen auch Gegner zu übersehen Die man nicht markiert hat Die einen überraschen können und so Das hebt diesen Schwierigkeitsgrad Ein bisschen an finde ich immer gut Oh hier hinten ist noch einer Ich hab's den gerade gehört Habe ich schon noch nicht einen Also einen habe ich aber nicht Sehr gut Sehr gut Ach ne das war der Bär der gerade markiert wurde ok So sichere das Baden Gelände Wir brauchen sie wenn wir die Hyremen zurückschlagen wollen Ich hab die Waffe schon Diese Sägeblätter durchschlagen so ziemlich alles Und wenn sie etwas nicht durchschlagen Prallen sie ab Nutzt die Oberflächen aus Metall Um die Blätter abprallen zu lassen So kannst du Leute treffen Die sich hinter einer Deckung verkriechen Den Ding kannst du einfach um Ecken schießen Hilft auch perfekt gegen die Typen mit den Schäden Oh bleib denn die Verstärkung die kommen soll Sichere das Baden Gelände Ist das noch nicht sicher? Keine Ahnung Also für mich sieht das ziemlich sicher aus Ja nicht dass der Bär als Feind zählt Denkste ne? Ich weiß es nicht Kann sein Ne ich hör irgendjemand reden Da unten ist einer Erledigt Ich schaffe die gestohlenen Materialien Okay Ist das jetzt Munition Das stimmt in diese verschlossenen Container und so hier rein Kann sein ne? Kann sein ne? So Ich spring mal hier rüber Das ist so Parcours mäßig aufgebaut Ja hier ist auch richtig Oh nein ich bin einfach abgestört Aber egal das war so Parcours mäßig aufgebaut Das musste richtig sein Okay Also in irgendeinem Container da oben ist auf jeden Fall was Der wo ich gerade auch zustande Ich bin da oben drin Ne man Also hier ist gut was dann Du solltest vielleicht auch echt mal selber hier hochkommen Naja dann muss ich jetzt gerade Ja du musst äh Auf diese Box hier genau Und dann hier rein springen Alter Also hier ist echt viel Uh Scheiße Oh ich war schon da oben Der springer sind manchmal nicht ganz einfach Ich war in der Animation drin und der sagt wie nö Ne Ich möchte nicht Ey was spielt in der in der Luft Ich war drin Ah du Du musst äh X direkt loslassen beim springen Ich mach den Fehler auch öfters Da ich X gedrückt halt bei deutschen Sprüngen Aber dann öffnet der voll auf den Gleitschirm und zieht dich wieder raus Ne ich komm nicht rein Aha Oha 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 Ist das jetzt geschafft Alter springen direkt auf das blaue ist also auf diese seile zu ja und dann zu schräg glaube ich ja ich glaube ich weiß wo der verliebt das ist auch so gut hier an werden er ist er ist nur angemalt und jetzt aber drei und ich hätte nicht was das war ein dummer fehler herbert aber ich habe es geschafft jetzt hat er ganz kurz noch mal klettern an und da muss man drücken also was für ich greife automatisch ja ich habe grad extra die seite ist ein guter losgelassen damit ja auch ja nicht automatisch wieder aber keine ahnung hat auf jeden fall gelohnt jetzt sagen als jahre hat sich echt gelöst ein bisschen zeugs holt ja die frage ist wo gehen die das den berg getötet eigentlich ja das ist ja so mal nicht nur nicht ablenken von dem sprung also so also hier gibt es also eine haben wir gefunden also gibt es hier noch mehr zwei noch vermute hier oben noch in dem container bei dem nächsten letzten container hier noch hoch ich habe hier ist noch dieser wasserturm dieser wasserturm da führten kabel dahin ja ja dann ist das so ja bestimmt ja die daten beste investition für dich der kletterhagen richtig gut so einmal darunter ich habe mich doch am arsch den 2 jetzt auch benutzt du bist eines zurecht ich habe es gesehen ich werde euch nicht aber na komm hallo und sich schon hier rein zu kommen das habe ich nicht ganz so sehr aber wie beim ersten aber du sollst ja auf jeden fall einspringen bin drin er jetzt hier außenrum hoch dann umreine so eine lokale wieder runter die sich öffnen kann man nicht ich bin mal drinnen drin so es fehlt noch der dritte container jetzt fehlt nur noch der dritte container ja hier kann man was aufmachen alles stinkt hier verflucht ja ich denke gerade ziemlich also ja ich bin noch mehr auf mich ein stinke ich schon genug ich gucke mal in diesem stinktier gehege oh ja du solltest definitiv reinkommen hier gibt es was zu holen ich weiß nicht ob es ja es sind die geschlossenen waren ich habe mich auf den weg zum bahngelände gemacht komm zu mir wenn du fertig bist hier gibt es auch wieder gut mal abzugreifen sollte es auch geben für das was ich durchmachen musste gerade alles komponenten hier noch wieder alles mit das ganze zeug mitnehmen die stinkt hier so dann haben wir glaube ich alles jawohl den kollegen habe ich erwischt so jawohl da die grace da ist sie das ding liegt ziemlich gut in der hand nicht gut gemacht du hast den highwayman eine ordentliche Backpfeife verpasst ja halt die Waffe wie gesagt meine Augen sind nicht mehr was sie mal waren du kannst sie vermutlich besser gebrauchen als ich nun zu den Vorräten die du geholt hast investiere sie am besten in die Gemeinschaft die Leute in Prosperity machen aus allem was du ihnen bringst das Beste nicht eingeschlossen richtig gehört ich ziehe jetzt endgültig nach Prosperity wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen dann kommst du mir und fass gut auf dich auch super den Spielverderber haben wir abgeschlossen jawohl und einen weiteren Spezialisten haben wir freigeschaltet so sehr gut super die Sägeplanwerfer V.1 Stufe 2 an allen Werkbänken freigeschaltet aber dieses Mal werden wir nicht so nett sein ok die Zwillinge die sind schon geudig wieso stink ich schon wieder ich stinke ich auch so haben wir sie mal down gekriegt ich hoffe ich habe sie jetzt alle down drei stück waren es noch das kann gut sein das kann sehr gut sein das kann sehr gut sein aber ich bin doch am stink so ich kann nicht wieder supporten so so den gucke ich mal was der feiner ist wie ist der feiner ein schilliger dude sie ist ungefähr tausend jahre alt aber sie schießt eine moskito den pimmel weg wenn sie dich mag unterstützt sie dich vielleicht haben wir einen weiteren Charakter entdeckt Nenna Nenna das sind die Scharschütze des Spiels na die ist auch nicht so weit weg von hier die sind nicht hier ja stimmt Tatsache und dreht ums Eck wir sind uns gut vor am kämpfen hier hä wir sind uns gut vor am kämpfen gut dann war ich jetzt aber trotzdem auf dem Schirm ja dann würde ich sagen wir mal feiern wir sind in der nächsten Folge wieder bei äh weil da fliegt da ist noch was da ist noch irgendein Tier ich glaube das könnte das jetzt doch ein Schinktier sein da drohen wir uns noch hm anledig sowohl Fall ins Genick da geht das schon aber irgendwie habe ich das Gefühl hier sind noch Zeugs was wir noch mitnehmen müssen das kann ja hier liegt so viel rum ne hier ist auch noch eine Kiste jedes mal irgendwie wenn wir auf den Sofa wieder hier reinkommt finde ich wieder neue Sachen okay ach hier liegt nur der Sägewerfer sonst ne hier ist auch noch eine Kiste hier draußen und Zahnräder noch mehr Zahnräder noch eine Kiste gut du wurdest entdeckt naja war nur Leichen war nur ne Dings ne Geiselnahme okay aha schillig beide weggeholt direkt dann zack zack und weg sehr gut ja so kann man halt echt gut immer äh 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 Vorteilspunkte erfahren durch die Geiseln das geht immer nebenbei dann warst du doch die ganze Zahnräder irgendwo also es fehlen noch zwei Teile dann haben wir das Ding ja auch gelootet okay äh lass mich mal gucken ich habe eins gefunden hier draußen lagen welche hier draußen irgendwo da lag der warte mal hier ist auch noch eins fehlt noch eins eins fehlt noch hier hier äh das ist ja sehr gut sehr gut so dann haben wir das Zeug auch erledigt ja ja die gründen bereich auch erledigt ja dann haben wir es auch wieder eine solide solide Grundlage zum Ausbau von Potsparen hier geschaffen wird ja würde ich auch sagen gut dann machen wir jetzt nochmal Feierabend wir sind jetzt ja der nächsten Folge wieder und dann kann das hier wohl ich seit das auch zusammen äh nenn da können wir noch den weg machen jetzt kann sein ich weiß es nicht schauen wir mal, bis dahin, auf Wiedersehen Ciao